Den Herrn am Wort kennen Sie sicher. Es ist Franz Hördle, als Tourismus-Sprecher der ÖVP. Von Jakob Schwarz, entschuldigen Sie, zum Transparenz-Datengesetz. Der Kollege Stark, der Kollege Oberostrat ist schon vorgestellt, es gibt die Möglichkeit, heute Förderungen zurückzuverlangen. Ich glaube, dass das auch wichtig ist. Und wir regeln hier mit diesem Gesetz den Informationsfluss von den Strafbehörden, von den Bezirkshauptmannschaften, Magistraten, dass hier der Informationsfluss auch zu den Fördergebern kommt und diese dann auch tätig werden können. Und Herr Mag. Fuchs, wenn Sie das als Schikane betrachten, dann darf ich Ihnen aus meinem Bezirk, aus dem Bezirk Schwarzhimmer, der größte Tourismusbezirk des Landes, darf ich Ihnen erzählen, dass dort also weit über 100 Kontrollen durchgeführt wurden. Maskenpflicht wurde kontrolliert, Seilbahnen wurden kontrolliert, 2G-Zutrittskontrollen in den Restaurants wurden kontrolliert. Auch die Sperrstunde, die eigentlich völlig sinnlos war, Einreisebestimmungen an der Grenze wurden kontrolliert. Und ich darf Ihnen sagen, über 90 Prozent der Betriebe gaben keinen Anlass zur Beanstandung. Das heißt, die Disziplin war enorm groß und der Rest war bis auf wenige Ausnahmen beratungsfreudig. Gerade offene Fragen, beispielsweise der Betrieb einer Bar in Hotels und Restaurants, gab es offene Fragen. Die Betriebe ließen sich, so wie uns die Behörden erzählt, hier auch beraten und man konnte hier den Konsens finden. Einen Betrieb allerdings gibt es im Bezirk Schwarz, der wird offiziell mit Covid-freier Zone. Nein, und ich werde der FPÖ die Adresse jetzt nicht geben. Er hat nämlich bei Impfverweigerung ein zahlungskräftiges und konsumkräftiges Klientel gefunden, oder glaubt ihr zumindest. Und am 19.12., also kurz vor Weihnachten, kam es am Ende des Lockdowns zu ersten Abmahnungen. Seither gab es zwölf Kontrollen, 60 Anzeigen. Die eingeleiteten Verfahren wurden natürlich alle beeinsprucht und liegen nun beim Landesverwaltungsgerichtshof. Erste Urteile werden jetzt erwartet. Und ich denke, Betriebe, die sich offensichtlich provokant sämtliche Regeln missachten, Kontrollorgane in Gegenwart der Gäste verhöhnen, verhöhnen, öffentlich auf Social Medias, damit werden geschlossen, damit werden, diese müssen auch geschlossen werden können. Sie geben ein schlechtes Beispiel für den Tourismus und vor allem schädigen sie den Ruf des Tourismus und befüllen die Vorurteile, die es gerade hier in Wien immer wieder gibt, dass der Tourismus wäre eine Gefahrenquelle, wo wir doch alle wissen, und die AGES hat uns das ja auch bestätigt, dass es zumindest schon was Seilbahn- und Skigebiete betrifft, ja keine Infektionen gab. Rechtssicherheit und Ordnung sind wesentliche Voraussetzungen für eine Florian der Wirtschaft und ein Qualitätskriterium für unsere Wirtschaftsstandort. Und als Wirtschaftsvertreter sehe ich natürlich jede Regel, jede Strafe sehr kritisch, aber wenn es sich um Regeln und Gesetze handelt, die man nicht unbedingt gutheißt, und glauben Sie mir, der Hunderter auf der Autobahn in Schwarz reckt mich jedes Mal auf, auch diese Sperrstunde hat mich aufgeregt, aber wenn es die Regeln gibt, sind sie einzuhalten und zwar von allen einzuhalten, weil erfolgreicher Tourismus kann auf Dauer eben auch noch funktionieren, wenn der Gast das Gefühl hat, er ist sicher und damit die Voraussetzungen für Erholung hat und damit können wir dann nur entsprechend, und deshalb ist das richtig, dass wir das machen. Frau Präsidentin, noch am Ende dieser meiner Rede, Sie wissen, Sie haben eine absolute Hochachtung und ich habe großen Respekt vor Ihnen, aber Ihnen müssen doch in der letzten Zeit mit den ganzen Vorwürfen an unseren Klubobmann die Ohren geklungen haben, denn Sie als Ministerin, als Verkehrsministerin haben ja auch Personalentscheidungen getroffen, ich denke nach bestem Wissen und Gewissen, und Sie werden sich sicher zurückerinnern an die Frau Zechner, eine hervorragende Name, sie war Chefin der Seilbahnbehörde, ich habe mit ihr sehr gut zusammengearbeitet, aber die Bestellung dieser Frau Zechner hat dazu geführt, dass es eine Beschwerde des Herrn Peter Franzmeier gab, nämlich den Erstgereiten in der Kommission. Sie wissen, der Herr Franzmeier hat am Schluss Recht bekommen und die Republik hat 320.000 Euro bezahlt. Also Personalbestellungen sind grundsätzlich natürlich immer eine Entscheidung von Personen, die das nach bestem Wissen und Gewissen machen. Im Vergleich zu dieser Entscheidung, die die Republik 300.000 Euro gekostet hat, ist das, was unser Kollege Wöginger gemacht hat, indem er sich eingesetzt hat und angeblich interveniert hat, ist eine Kleinigkeit. Ich denke, Sie sollten unseren Kollegen Wöginger unterstützen, Frau Präsidentin. Danke.